Die Kolik wird normalerweise behandelt durch schmerzstillende, krampflösende Injektionen, die auch sehr schnell wirken. Das heißt, dadurch wird der Schmerz gelockert, gelöst, die Krämpfe lassen nach, der Inhalt im Darm kann weiter transportiert werden und es tritt schnell eine Besserung des Befindens ein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Schmerzen bestehen bleiben, ist immer der Verdacht, dass irgendeine Verlegung im Darm ist, eine Verdrehung im Darm ist, die auch operativ behandelt werden muss. Das sind dann wirklich die extremen Fälle, aber auch das kann man gut versuchen. Es sind durchaus Chancen gegeben, dass so etwas sich wieder gut regulieren lässt. Kreislaufunterstützung wird meistens notwendig sein. Die Tiere haben einen sehr hohen Puls. Das Herz versucht wirklich durch schnelle Aktion, das Defizit auszugleichen in der Peripherie, den Darm richtig zu versorgen. Alternativ haben wir Möglichkeiten, homöopathisch das Ganze zu unterstützen, indem wir die Giftstoffe schnell aus dem Darm ausleiten, die Giftstoffe, die schon ins Blut gekommen sind, auszuleiten, die Entgiftungsorgane zu unterstützen insgesamt. Es gibt homöopathische Mittel, speziell für Koliken, in denen verschiedene homöopathische Mittel gemischt sind, die alle für diesen Bereich sinnvoll und gut sind, die sehr, sehr wirkungsvoll sind. Kreislaufmittel gibt es natürlich auch auf pflanzlicher Basis, wo man zusätzlich was erreichen kann. Wichtig ist, die Ursachen abzustellen, dass man schaut, durch was ist die Kolik entstanden, und das Ganze verändert. Anschließend ist es notwendig, die Darmflora wieder aufzubauen, die unter Umständen bei einer Kolik sehr massiv leidet und Darmbakterien in großer Menge auch zugrunde gehen können. Das bedeutet auch, das Immunsystem zu unterstützen, damit sich Koliken nicht zu oft wiederholen. Wenn ein Pferd kolikanfällig ist, hat es meistens seinen Grund, dass nur die Akutkolik behandelt wird und nicht geschaut wird, was drumherum nicht in Ordnung ist. Und dass einfach Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den gesamten Organismus zu unterstützen, den Organismus zu stärken, das Immunsystem zu stärken mit verschiedenen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Unter anderem können wir sehr gut das Gladiator Plus verwenden, das wasserlöslich ist und dadurch auch sehr gut resorbiert werden kann, sodass auf Dauer eine Stabilisierung des Gesamtzustandes erreicht wird. Bis der Tierarzt kommt, können natürlich homeopathische und pflanzliche Mittel sehr gut eingesetzt werden. Es gibt sehr gute Mischungen, speziell für Kolik, Koliktropfen, die heißen auch so, es gibt die Notfalltropfen der Bachblüten, es gibt einfache Kreislaufmittel, die eingesetzt werden können vom Tierhalter selber und mit denen schon sehr viel erreicht werden kann. Eine Kolikbehandlung kann sehr gut unterstützt werden durch eine Akupunktur, egal ob mit Nadeln oder mit Laser, es gibt viele Akupunkturpunkte, die einen direkten Bezug zum Verdauungssystem haben, zu einer Entkrampfung im Verdauungssystem haben und man merkt oft deutlich schon während der Akupunktur, wie was nachlässt, wie das Ganze lockerer wird. Solche Punkte kann man natürlich auch mit Akupressur behandeln. Es gibt Unterlagen darüber, also auch die Tierbesitzer können da sicher mit eingreifen, um eine Entlastung für das ganze Pferd zu bekommen. Mein Pferd bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com www.gladiatorplus.com